Mein erster Eindruck war eigentlich, ich war sehr überrascht, dass das so groß hier ist, so viele Ärzte hier arbeiten und eigentlich sehr, sehr gut organisiert, muss ich schon sagen. Also sehr gute Betreuung, auch mit dem Fahren zum Hotel und Abholen und sehr gute terminliche Abwicklung, das heißt nicht lange warten, sondern wenn man Termine hat, kommt man auch gleich dran und so was. Hat mir sehr gut gefallen.